Okay, es geht weiter. Normale Menschen könnten das nie lesen. Nur ein wahrer Schamane kann diese Schriftzeichen entschlüsseln. Eine gewöhnliche Hexe wie ich kann das nichts entziffern. Vielleicht kann Großmutter es lesen. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Was ist jetzt passiert? Okay. Lesen wir das gerade oder was jetzt? Okay, ich hab's verstanden, was jetzt passiert. Ist alles in Ordnung? Was denn bloß passiert? Hast du das gesehen? Dann weißt du, dass es wahr ist. Du konntest das lesen. Was steht da? Hey, du siehst furchtbar müde aus. Roxas, die Probezeiung war doch deutlich, oder? Demnach wird das Buch die nächste Welt erschaffen. Und nur du wirst bestimmen, was in dieser neue Welt gehört. Ist mit dir alles in Ordnung? Komm mal her. Okay. Gut, und jetzt bleib einen Moment ganz ruhig stehen. Roxas, pass auf dich auf. Irgendwas ist hier faul. Was zum... Verdammt, umzugenäht. Was hab ich gerade gesagt? Scheiß Hexe. Hast du uns jetzt gerade verarscht, oder wie? Hexen-Geheimraum. Jetzt ist die Dame zu weit gegangen. Was ist jetzt passiert? Also, Roxas, wir müssen einen Weg hier rausfinden. Okay. Achso, diese Kugeln sind MB-Teile. Hm, okay. Die Hexe hat uns irgendwie verarscht. Betätige alle Schalter. Hm, wieder so ein Rätsel... ähm, Teil. Okay. Okay. Okay, komm wieder zu... Okay, das haben wir geschafft. Super, und in welcher Zeit? Zeitbonus, ja. Ja, geht. Ja, super. Silber, okay. Okay, damit kann ich mich zufrieden lassen. Und Kiste zerstören, und Kiste zerstören. Das ist sehr wichtig. Und kommt jetzt Raum 3. Betätige alle Schalter. Was hat die für... Was hat die V4 Probleme? Wie sagt sie uns jetzt gerade getestet? Hä? Achso. Ähm... Wie soll ich das dann schieben? Was hab ich jetzt gemacht? Was muss ich denn machen? Ach, du Scheiße. Ich dachte, ich muss die Kiste da... Oh, Mann. Jetzt hab ich kostbare Zeit verschwendet. Mann. Ich dachte, ich muss die Kiste... Die Kiste... Ah, die Kiste! Mann, darauf machen. Verdammter Mist. Ja, ja. Zeitbonus, klar. Verdammter Mist. Ich will... Ja, ich hab nichts bekommen. Ist klar. Ach, Mann. Besiege alle Gegner. Okay, das ist eine Leichtaufgabe. Besiege Feuerwesen. Hm, die sieht ein bisschen aus wie kleine Digimons. Und die machen komische Geräusche. Aber die fliegen voll weit. Ey, sterben die auch noch irgendwann? Haben die mich jetzt getötet? Fortsetzen. Du Scheiß-Basti-Teile. Ich bring euch um. Ich setze Rempo ein. Aber richtig. Geist. Ja. Jetzt kommt her, ihr Scheiß-Geister. Jetzt werden wir sehen, was ihr macht. Was? Ey, ich bin bald tot. Scheiße. Scheiße. Die töten mich noch gleich. Fick dich, ihr Scheiß-Geister. Fortsetzen. Mann. Ja, los. Aber was soll ich denn genau hier machen? Ich hab mir das nicht genau durchge... Ich bring euch um hier, Scheiß-Teile. Jeden einzelnen von euch. Ich bring euch jetzt richtig um. Stöp hier, weg. Wie kann ich eigentlich diese Scheiß-Teile verlieren? Die sind doch von... Erbärmlich. Und du, was wolltest du mich angreifen hier? Ja. Okay. Und jetzt setze ich mal Rempo ein. Los. Charaktere. Geister. Und. Ja. Mach jetzt mal bitte alle tot. Bitte. Töte sie jetzt mal. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Okay, der Erste ist schon tot. Ey, fick dich. Wartet. Besiege Feuerwesen. Beste Zeit. Hm. Mann, die Scheiß-Teile nerven. Was greift die mich an hier, Scheiß-Teile? Ah, die schwächt... Ich schwäche erstmal alle Teile hier. Ah, die töten mich noch. Ah, jetzt bin ich auch... Jetzt bin ich nicht konzentriert. Ich glaube, ich muss die alle in eine Ecke treiben. Okay. Okay. Der ist tot. Wieso tötet ihr mich? Ey, das richtige ist Fail-Video. Mann. Ja, ist klar. Kommt her. Oh Mann, Mann. Und die Zeit dieses Videos geht auch noch weg. Ich hab gedacht, das Spiel ist leicht, aber ist nicht so, wie ich gedacht habe. Und dann. Und dann. Achso, ich kann ja noch die Spezialtacke machen. Vergessen. Okay, die haben... Den haben wir getötet, glaube ich. Okay, kommt her. Und jetzt... Geister. Jetzt kommt Rampo. Jetzt tüte ich euch. Wieso hat mich keiner von denen getroffen, glaube ich? Scheiße, die Zeit ist schon um. Ich kriege... Ich kriege nix mehr. Scheiße. Scheiße. Kommt... Kommt nicht in meine Nähe. Mann. Scheiße. Wagt es nicht in meine Richtung zu kommen, ihr Scheißbastarde. Mann. Fortsetzen. Was steht denn jetzt genau? Besieger alle Gegner. Zeitlimit, ja. Ach. Wieso sind die Gegner so stark? Egal, ich arbeite jetzt so. Kommt her. Okay, voll aufladen. Wie, ihr greift mich an. Mann. Fickt euch, ihr Scheißbastis. Mann, ich hab echt keinen Bock mehr. Deswegen... Sehen wir uns im nächsten Part weiter. Tschüss.